Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Meftsco. Das ist mein Gebärdename. Mein Name ist Meftsco und mein Familienname Ramović. Ich arbeite als Lackierer und Karosseriebauspringler. Ich komme aus Bosnien. Nach acht Jahren Pflichtschule habe ich eine dreijährige Lehrausbildung gemacht. Nach weiteren zwei Jahren Praxisarbeit habe ich mit einem Diplom als Karosseriebauspringler abgeschlossen. Ich hatte den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Ich habe meine Firma 2012 gegründet. Anfang war es schwer. Ich musste an mir einen Kundinnenstock aufbauen. Die Beratung meiner gehörlosen und hörenden Kundinnen ist sehr wichtig. Mit den hörenden Kundinnen kommuniziere ich schriftlich. Ich zeige, was alles gemacht werden muss, wie viel Arbeitszeit ich dafür brauche. Ich schreibe alles und zeige es Ihnen. Ich fühle mich mit meiner Arbeit sehr verbunden. Ich finde es einfach toll. Es ist wichtig, sich viel Wissen anzueignen. Wenn man viel kann, steht einem viele Möglichkeiten offen. Der Unterschied zwischen gehörlos und hörend? Es ist egal, ob man hörend oder gehörlos ist. Wichtig ist, dass man kompetent ist, dass man seine Arbeit versteht und begreift. Für das Arbeiten brauchen wir unsere Hände. Nicht faul sein, unpünktlich sein. Nein, die Kompetente ist wichtig. Für Hörende und für Gehörlose. Da gibt es keinen Unterschied. Gehörlose. по88rawdend.